In diesem Tutorial erstellen wir ein Informationsblatt über den Kunstmaler Franz Elmiger. Ich habe hier die Bilder erhalten, die sollen auf diesem Informationsblatt erscheinen. Zudem ist das hier der ganze Text, der auf dem Informationsblatt Platz haben muss. Und ich brauche natürlich eine Vorstellung, wie das Ganze denn aussehen soll. Ich habe folgende Idee. Ich möchte natürlich sicher hier oben das Vereinslogo. Dann möchte ich, dass sicher alle Informationen auf zwei Seiten Platz haben. Dann möchte ich, dass die Bilder, denn es geht ja um einen Kunstmaler, möglichst gross dargestellt werden. Und zum Schluss hätte ich gerne zwei Spalten, weil das leserlicher ist. Bevor wir loslegen, zeige ich hier ein paar Textabschnitte, die ich nachher mit einzelnen Textboxen bestücke. Das hier ist die Biografie. Das hier der Lebenslauf. Hier geht es um Freundschaften, Tiermaler und so weiter. Und all diese Texte, gerade unter den Bildern, mache ich anschliessend zu einzelnen Textboxen. Also auch das hier und das hier. Legen wir los. Ich habe in Publisher eine neue, leere Datei begonnen. Die erscheint sofort hier. Ich mache das noch grösser. Den Text holen wir später. Ich möchte nun als erstes die Seitenränder einstellen. Offenbar hat es hier schon Seitenränder. Ich will das noch genauer einstellen. Das ist zu finden unter Seitenentwurf, Seitenränder. Ich schaue mal nach. Und natürlich gehe ich das unter Benutzerdefiniert einstellen. Und ich sehe hier, im Moment ist der linke Rand bei 1,27. Warum 0,27? Ich weiss es nicht. Vermutlich kommt das aus dem amerikanischen, weil die Inches haben und nicht Zentimeter. Also, 1 Zentimeter, das genügt. Ich schaue hier, dass es sicher noch einen Abstand hat. Auch das hier. 1 Zentimeter. Und unten auch 1 Zentimeter. So, okay. Das ist nicht ein grosser Unterschied. Aber jetzt sind all diese Ränder bei 1 Zentimeter. Ich sagte, ich möchte gerne zwei Spalten. Also würde es mir helfen, wenn ich diese zwei Spalten bereits jetzt sehen würde. Es gibt sogenannte innere Führungslinien. Wo sind die zu finden? Entweder hier bei Führungslinien. Oder dort, wo wir vorhin gerade waren. Ich gehe nochmals zu Seitenränder. Nochmals zu Benutzerdefiniert. Und finde die inneren Führungslinien gleich hier. Vorhin hatten wir hier die Ränder eingestellt. Und gerade beim nächsten Register kann ich die Führungslinien innen einstellen. Ich hätte ja gerne zwei Spalten. Also nicht eine, sondern zwei. Wie gross ist der Abstand hier in der Mitte? Der Abstand, der soll 1,5 Zentimeter sein. Also 0,5 Zentimeter. So weit, so gut. Grundlinien, was ist das? Das wären Hilfslinien. Die brauche ich im Moment nicht. Also zwei Spalten. Abstand der Spalten 0,5 Zentimeter. Ich habe Führungslinien. Okay. Und sofort sieht man die Spalten hier. Als nächstes hole ich mal meine 10 Bilder herein. Das geht natürlich unter Einfügen. Bilder. Die liegen hier bereits in einem Ordner. Macht natürlich Sinn. Ich muss sie nicht zusammensammeln. Ich markiere alle diese Bilder hier. Und sage hier unten Einfügen. Und Sie sehen, was Publisher macht. Es legt gerade diese 10 Bilder neben mein Blatt und nicht ins Blatt. Ich kann sie also hier schön einzeln reinholen. Jetzt fehlt noch der Text. Ich habe vorhin den Text bereits gezeigt. Er ist hier im Word bereit. Ich hole all diesen Text hier. Ich markiere entweder alles oder drücke jetzt Ctrl A und trage diesen ganzen Text zum Publisher. Ich kann das hier neben dem Papier oder im Papier loslassen. Ich lasse es mal neben dem Papier wieder los. Es dauert eine Weile. Da ist er. Natürlich brauche ich Word nicht mehr. Ich überdecke Word. Dann habe ich mehr Platz für den Publisher. Das ist also jetzt ein Textfeld. Ich stelle das mal zur Seite und mache nun einzelne Textfelder aus diesen Texten. Das ist der Titel. Ich schneide das aus mit Ctrl X. Klicke hier ins Leere. Ctrl V. Sie sehen, es erscheint sofort ein neues Textfeld. Das wäre dann einmal der Titel. Dann geht es weiter mit den biografischen Eckdaten. Das ist Text. Der geht bis hier hin. Das schneide ich aus mit Ctrl X. Natürlich könnte man auch hier oben ausschneiden. Und klicke hier ins Leere. Ctrl V. Oder hier wieder einfügen. Ctrl V. Das ist das, was wir vorhin beim PDF in diesem gelben Kasten sahen. Es geht weiter. Das ist der Lebenslauf. Ctrl X ausschneiden. Klicke hier hin. Ctrl V. Das stelle ich mal zur Seite. Brauche ich nachher. Dann geht es hier weiter mit dem ganzen Text von Freundschaften und so weiter. Ctrl X und so weiter. Ich mache also einzelne Teile. Ich mache das nun und komme wieder zurück, wenn ich das gemacht habe. So. Nun habe ich den ganzen Text in einzelne Textelemente zerstückelt. Also da ist etwas, hier liegt etwas herum, da ist etwas, hier sind alle Bildunterschriften. Und ich möchte nun gerne die Rahmen um diese Textelemente sehen. Das geht unter Ansicht, Begrenzungen. Dann sehe ich all diese einzelnen Elemente und beginne nun mit dem Titel. Packe diesen Titel, stelle den hier hin und mache das nun auch noch ein bisschen grösser, dass wir das genau sehen, wie das funktioniert. Also hier, das ist nun die ganze Spaltenbreite. Ich blase dieses Textelement einmal auf bis hier zum Spaltenrand, markiere den Text, gehe beim Startregister hier zur Gruppe Schriftart, mache den Titel sicher einmal fett und vergrössere hier beim A mit einzelnen Klicks so oft, bis der Titel beinahe hier an den Rand kommt. Sollte der Text nicht alles sichtbar sein, dann könnte es sein, dass das Textfeld zu klein ist. Ich zupfe also hier noch nach unten. So, das ist der Anfang. Ich hätte gerne daneben sofort auch das Logo. Das Logo muss ja hier irgendwo bei den Bildern sein. Ich mache das ein bisschen kleiner. Mal schauen, da ist das Logo. Ich packe das Logo, trage es hier nach oben, mache die Ansicht wieder grösser und sehe, ich glaube, das ist gerade richtig platziert, hier in die obere rechte Ecke. Fahre nun weiter. Ich hole das nächste Element. Das nächste Element sind die biografischen Eckdaten. Ich trage das mal hier hin. Und an den roten Tupfern an, weiss ich, dass hier noch mehr Text vorhanden ist. Klar, ich mache hier mal mehr Platz. Ich ziehe das bis auf die Spaltenseite, etwa so. Und ich hätte gerne hier Farbe drin, gelb, wie ich das in der Vorlage schon gezeigt habe. Also mache ich hier einen Doppelklick auf den Rand dieses Elements. Oder ich gehe hier oben unter Format, Fülleffekt, nehme hier weitere Füllfarben. Ich will etwas Dezentes, Gelbes. Okay. Hier ist die Farbe. Der Text klebt wieder nahe am Rand. Also Rechtsklick auf den Rand oder ins Textfeld. Textfeld formatieren. Hier zum Textfeld gehen und sagen, ich hätte lieber 0,2 Zentimeter, also 2 Millimeter Rand überall. Das sieht schöner aus als nur 1 Millimeter. So, okay. Jetzt braucht es wieder mehr Platz natürlich. Also ziehe ich das ein bisschen nach unten. Jetzt hat es wieder Platz hier drin. Ich gehe zum nächsten Text. Der nächste Text ist der Lebenslauf. Der muss da irgendwo herumtummeln. Da haben wir ihn. Ich trage den Lebenslauf hier nach links. Mache den grösser, so gross wie nötig. Ich schaue mal. Etwa so. Prima. Und da braucht es noch einen Tabulator. Den haben wir noch gar nicht. Also setze ich hier oben einen Tabulator hin. Hier ist ein Linkstabulator. Ich setze den mal hier hinein. Ich habe vorher alles markiert. Mal schauen, wie das aussieht. Ja, nicht schlecht. Einfach die zweite Zeile hier ist darunter eingerutscht. Die soll auch noch an den Tabulator hüpfen. Also nehme ich hier das Zeichen, dieses Dreieck für die zweite Liniestelle. Ich stelle das genau zum Tabulator. Dann sollte das funktionieren. So. Prima. Ich stelle den Rand wieder nach oben. Es geht zum nächsten Element. Ich habe nun noch Platz hier unten. Ich könnte hier ein Bild einfügen. Ich mache das aber nun anders. Ich stelle dieses Element nach unten. Denn ich hätte gerne das Bild ganz oben. Auch das trage ich nach unten. und hole nun das Bild von Franz Elmliger vom Maler hier prominent hinein. Etwas so. Und blase dieses Bild bis hier an den Spaltenrand wieder auf. Vielleicht noch ein bisschen nach unten. Das wieder nach oben. Und so sind wir jetzt am Gestalten und haben wirklich blitzartig diese beiden Seiten beieinander. Da mache ich noch ein bisschen mehr Platz. Denn hier kommt dann noch eine Bildunterschrift. Die Bildunterschrift heisst Franz Elmiger im Alter von 35 Jahren. Das kommt hier noch hinein. So. Ich kann das noch ein bisschen kleiner machen. Etwa so. Ich hole das nächste Bild. Da sieht man den Maler irgendwo im Wald draussen am Malen. So. Ich blase das auf. Und darunter natürlich den Text. Das ist dieser hier. Ich stelle diesen Text darunter. Etwa so. Dann kommt wieder ein Bild. Also so geht es nun. Bis wir alles fertig gestaltet haben. Das hier stelle ich hinein. Von Spaltenrand zu Spaltenrand. Hier haben wir ein bisschen mehr Text. Das ist dieser Text hier. Ich stelle den hier unten hin. So. Der ist natürlich jetzt zu breit. Also das muss hier Platz haben. Und nun kommen die Freundschaften. Die haben wir hier bereits bereitgestellt. Die Freundschaften stelle ich hier hinein. Das muss breiter sein. So. Diese obere Zeile braucht es nicht. Freundschaften. Vielleicht die Freundschaften noch fett. Und dann der Tiermaler fett. So. Und jetzt ist die erste Seite soweit fertig. Ausser es hat ja hier noch mehr Text. Also brauchen wir eine neue Seite. Die neue Seite kommt nicht automatisch. Nicht wie bei Word. Sondern ich muss hier rechts einen Rechtsklick machen. Und sagen ich möchte eine Seite einfügen. Die kommt sofort. Ich klicke hier drauf. Ja. Nach der ersten Seite. Prima. Und die kommt sofort hier. Das Layout ist noch da. Das war die erste Seite. Das die zweite Seite. Jetzt brauche ich hier nur wieder ein Textfeld. Ich mache das einmal. Ich hole ein leeres Textfeld. Blase das hier auf. Und will nun, dass der Text von vorhin, der hatte hier nicht Platz, dass der nun ins nächste Textfeld fliesst. Ich klicke hier auf diese drei Punkte, mache einen Klick. Jetzt fragt mich Publisher, wo soll denn der Text hinfliessen. Ich gehe hier auf die nächste Seite und sage, hier in dieses Feld soll der Rest dieses Textes fliessen. Ich klicke jetzt wieder und da ist der Rest. Also, es braucht sogar noch mehr Platz und noch mehr Platz. Und ich gestalte den Flyer noch, wie ich das bereits hatte in der Vorlage. Die zweite Seite, die soll dann ungefähr so aussehen. Also oben Bilder, hier Text und nochmals Bilder. Und ich glaube, bis etwa in zehn Minuten haben wir die zweite Seite.